Servus, Ferdinand wieder hier, aber diesmal auf der Remus Teststrecke. Natürlich ist die Performance und der Sound das Wichtigste, aber Remus checkt, dass das absolut alles legal ist über ganz Europa mit der EG-Regulation. Hier checken wir die Maßnahmen, dass alles passt mit unserem neuen Auspuff auf den M2 Competition und ich werde gleich einsteigen, um genau das zu machen. Hier auf der Remus Teststrecke werden zwei Sachen ganz wichtig getestet, einen 50 kmh Durchfahrtstest und ein Besteuerungstest und genau das können wir jetzt gleich machen. Also wir bringen ihn jetzt rauf auf 50 kmh und fahren hier durch und schauen, dass das jetzt nicht so laut war, um die Nachbarn zu wecken, aber um umzukehren machen wir doch noch ein bisschen sportlich. Und dann am Rückweg fahren wir runter auf 30 kmh und wie wir durchfahren eine Beschleunigung. Und das war alles was man machen muss für den Test und ein bisschen Spaß kann man auch dabei haben. So lautem Spaß kann man nie genug bekommen, aber für heute hat es mal gereicht. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, oder Informationen bekommen wollt, müsst ihr nur noch hier abonnieren und die Videos weiterschauen.